Guten Abend! Wir freuen uns sehr, heute Abend hier zu sein und mit Ihnen siegen zu können. Eine echte brüderische Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern, unseren beiden Städten mobilisiert uns aktiv, um Ihnen diesen Gesangsabend anzubieten. Wir bedanken uns für den ästlichen Empfang. Wir sind der Serenata-Korfer aus Grieb im Unbeweg. Heute Abend sind 37 Korister hierher gekommen, um Ihnen diese Vorführung mitarbeiten zu können. Die vier Stimmen werden vertreten, Sopran, Alt, Tenor und Bass. Wir hoffen, dass wir noch viele Gelenheiten zum gemeinsamen Kurs, Tieren und Singen haben werden. Wir wünschen uns alle in dieser Verschbahn vertreten, fünf Kinder und Gelassenheit zwischen den Wöchern vermittelt zu können. Wir wünschen Ihnen einen sehr schönen Abend. Vielen Dank! Vielen Dank!